Keine Krokodilshaut, nix. Das ist so komisch, oder? Ah, rutsche ich wieder hoch, Mensch. Komm besser, besser. Äh. Ne, da ist er, wer da kürbisch vorhin habe ich, ähm, da die Daste gehabt, ne? Die, äh, Kursor noch rechts. Ja, hat er nicht. Den Vogel ist gesund. Versteh ich nicht. Du musst dich links drücken. Hm. Manchmal muss ich das jetzt verstehen. So, was will er denn? Was ist denn hier los? Ja, ich komm ja schon. Was hast du denn? Mhm, die wenn ja Brüder begraben. Okay, das ist jetzt hier oben, oder was? Oder ist das was anderes jetzt hier, was jetzt markiert ist? Da ist das nicht echt. Was ist denn das hier? Ähm... Hm. Hm. Gucken mal. Ne, das sind Feinde hier. Ach, scheiße. Jetzt habe ich natürlich diesen falschen erschossen. Ach, verdammt. Ich höre mich weg. Ich habe den falschen erschossen. Scheiße. Ja, wollte ich natürlich nicht, ne? Wenn er mitten da rumstand, ne? Der kund. Ist denn das hier, Leute? Ich höre mich weg. Ja, ich höre mich weg. Ich höre mich weg. Oh, ich höre mich weg. Normalerweise, ne? Aber werden ja Feinde noch näher, ne? Die müssen wir erst mal killen, würde ich sagen. Achso, das ist ja Hüppel noch unterwegs, wa? Hüppelberg? Also, äh, Wolf, ich bin da viel schneller. Das sind noch mehrere hier. Oh, was ist denn jetzt? Oh, die haben einen... Hey, ist jetzt gut hier, Jungs? Ist jetzt gut hier. Ja, ich müsste nicht mein Tierchen vergiften hier. Die Bösen, die, ja? Da, friss. Ja, ist ja mitten da rumgerannt, ne? Ja, das ist ja noch ein kleiner Anerkund. Den ich eben gekillt hatte. Fond die Füße, sag ich mal. Ich glaube, hier ist ja noch alles voll, ne? Bis zur Morgendämmerung. Na los. Na, alte Schlewine, ja? Ist auch so ein Tiger, gell? Auch so ein kleiner Tiger, gell? Ja, okay. So, haben wir. Perfekt, haben wir. Oh, gut. Jetzt können wir mal gucken, wie der Belohnung hier. Was machst du denn so, Gerüche? Ja, gut, der Rest ist ja noch nicht da. Okay, perfekt. Die Augen, hä? Voll orangé. Ja. So, jetzt gehen wir, was ist das hier? Eignung. Na, eigentlich könntest du die ganze Karte langen Tappen. Und immer wieder irgendwas Ereignis hier machen, ne? Kommst du denn noch mal mit, hallo? Ziegenbock. So, jetzt mich aufpassen, ich habe den Fall schon erschießt, ja? Friss ihn, friss ihn, los, friss. Mach, jawohl. Endlich hat es mal gehabt hier, der Junge. Jawohl, da haben wir jetzt wieder jemanden fürs Dorf, oder? Das ist gut. Das ist doch kein Ding, so. Hast du gut gemacht, komm her. Gib da was. Duschi, duschi, muschi. Neu, wo wohne er? Jawohl, perfekt. So, Moment, wo soll man jetzt? Gehen wir hierher, ich will hierher, mittelstammes Konflikt vernichten. Jo. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Was fällt die denn von mir hier? Sag mal, geht's noch? Ist das da unten eine Höhle oder irgendwas? Ne, ist nur so ein Stein, oder? Können wir gehen weiter Na, Luis, komm auf hier ins Gebräu, auf ins Gebräu Bitte haben wir das 3,12, ok Hmm Ach, Schiefer ist auch voll Schiefer ist voll Mal speichern, oder? Obwohl ist eh nichts da auch da mehr festgestellt, ne? Keine Ahnung, wieso? Gehen wir mal hier lang Jetzt lassen wir mal Ruhe Ich war schon bei dir Ach so, der Schiefer war ja voll gewesen Oh, ich vergaß Wo ist jetzt das Krokodil? Jetzt lassen wir den Krokodil hier in die Quere kommen Sieht aber gut aus, ne? Hier müssen wir gucken, ob wir irgendwas gelbes Nicht, dass es ein Krokodil ist Oh, der Schiefer vielleicht Ne, wieder Juhu Jetzt sind wir wieder aufdauern Danke Ja, Schiefer Durchsuche Was? Ist auch Stammeskonflikt Vernichten Okay Moment mal Brenne es nieder Brenne es nieder So wird das Wesen sein Jo, kein Problem Expressen Danke fürs reinschauen Bis zum nächsten Mal Hör ruhig wegen Mucke noch Juhu Genau Falls ich noch da bin Dann Sehen wir uns Ansonsten Ist es einfach nicht schlimm Ist es denn weit jetzt hier noch? Ach ne 56 Schrittchen Hier ist noch ein lila Blümchen Das ist aber da voll Siehst du Ich muss es doch Ach, hier unten Oder was Okay Äh Gehen wir mal rein Oder was In die Höhle Ist das jetzt hier Oder was? Okay Langsam Kätzchen Oh, brenn ich mir Oder halt die Glieder Ab Soll ich das anbrennen hier Oder was soll ich hier machen Ja, brenne das Easy Lager nieder Wird auch das sein, oder? Ist das das Easy Lager? Das könnte schon das Easy Lager sein, ne? Zumindest ist hier irgendwo ein Feind Ah, ja, da arm ein Feind Gibt mich jetzt die Fackel ab Gibt mich jetzt Oh, da sieht mich gar nicht Ach doch, da ist er ja Oh, jetzt Oh, jetzt kommt sie alle aus den Lösch noch raus Moment, noch mal ein bisschen Feuer Hier noch ein bisschen Feuer Beste Greif an, komm Du schaffst das Schocker Schaufschütze, jawohl Schön Ich bin doch Ich bin doch gar nicht Ach so Ich kann es auch zerstören, ne? Sehe ich gerade Ist es denn damit gemeint, das so? Ich denke mal, ne? Oder? Vermut man es mal Tierfett Okay Wir sind eigentlich da gelbe Strich Ach, das ist vielleicht diese Das, was ich schon erreicht habe, oder? Hier Könnte es sein Oh ja, jetzt kommen wir Feinde Feinde im Anmarsch Im Anmarsch Jawohl, das war wohl der Kopfschuss Ich glaube, ich lasse das jetzt hier mit diesen Zeugs hier, oder? Ist irgendwas gleiche drinne hier? Oder? Weiß nicht Nee, dir tut sich nichts Ich glaube, du musst doch anzünden, ne? Scheiße Hund, komm raus Da brennt er weg, Mensch Hundi Alter, brennt er Hund weg die Weile Mich gibt auch was zum Essen Ich glaube, ich bin nicht auch klettern hätte ich gekonnt naja jetzt brennt es weg ist egal die das ist ja weil an geht es Wir sind hier, komplett hier. Oh, da kommt eine Schöpferwelt hier, Mensch. Oh. Oh, der trägt aber viel hier mit seinen Böckchen. Oh, der trägt aber viel hier mit seinen Böckchen. Oh. ich glaube es geht schneller mit dem feuer hier zu zerstörer vollständig und entkommen aus dem gebiet zerstörung auch so entkommen aus dem gebiet jetzt bloß noch ein bisschen wo lang jetzt hier müsste ich mal gucken ich glaube wie lang müsste ich vielleicht gehen oder oder doch so lang ich weiß es jetzt alle jetzt halt glaube ich egal oder ich könnte dich aber auch da lang gehen ich meine da komme ich ja her ne ne da komme ich ja da bin ich vielleicht ist ja da irgendwo ein ausgaben vielleicht ne ach nee geht es nur um kreis hier können wir klettern was ist da oben nix gut dann gehen wir runde gehen wende mal also wir sind doch wieder da raus wo ist sie noch wenn du mich kaputt hauen jawohl was war man da kommen wir rein ah ok beute einmal beute ok aber ein versteck gefunden würde kann man rausgehen gehen wir wieder raus wo ist sie jetzt wo ist sie noch ein das wird wird in 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 Oh, jetzt bin ich richtig schön, oder? Was würde ich meinen? Ja. So, nun haben wir die Höhle platt gemacht. Stammes Konflikt vernichtet. Töte und durchsuche den Träger. Da vorne jetzt, oder was? Oh Leute, können wir nicht mal hier irgendwann mal ans Ziel kommen? Na gut, wir können ja nochmal den Träger machen. Oh, da ist immer noch jemand. Ja, mach du mal. Gut gemacht hast du. Komm, ich geh mal ein Fleisch, oder? Pussele, genau, komm, es ist satt hier. Wisse, perfekt. Du suche den Träger. Wo denn? Ach, hier. Abgeschlossen. Was haben wir hier schon, oder? Oh, Lade. Ja, so langsam kommen wir schon näher irgendwie, ne? Ein bisschen Holz muss ich aber nebenbei mal mitnehmen, weil nämlich, ich ja doch schon jetzt ein paar Haufen Pfeiler hier verbraten habe. Oh, der war richtig gut jetzt, der Kopfschuss, ne? Na, willst du mal bleiben? Tschüss. Anführer war das, siehst du? Oh, hier ist ja noch jemand. Sehe ich gerade. Ein kleiner G, ach, ein kleiner, kleines Tierchen. Der hier, da ist es, ne? Der ist es. So, jetzt haben wir es ja um 12. Mei, wie die Zeit der Mama vergeht. Wo ist denn jetzt derjenige? Ach, denn es ist doch da hier. Lagerfeuer entdeckt. Oh. Ich fahre noch, oder was? Traneburger. Hier wahrscheinlich. Oder? Das ist doch kein Lagerfeuer hier. Das ist doch eine Höhle. Was brennt es denn hier? Wir hatten hier Feuer gelegt. Ah, okay. Haben wir doch aber schon gezähmt, ne? Die Beste. Dächtig. Ah, ist natürlich wieder weg, ne? Gut, jetzt gehen wir mal zu diesen, ähm... Höhle hier oben, ne? War doch das. Oh, da, was geht hier denn ab, hier? Mal außen rum gehen. Oh, außen rum geht aber auch, glaube ich, nicht. Geht's irgendwo hoch vielleicht? Hier geht's hoch, okay. Ach so, das bist ja du. Meine Güte. Was ist denn hier der Eingang von dieser Höhle? Die Malerei und so ein Quatsch, wissen wir ja doch ein bisschen mitnehmen, ne? Das war doch das hier, oder? So ein Läufer. Höhle, Malerei und so eine Hand oder irgendein Quatsch da hier. Haben wir gucken, Mama. Ach, hier ist das Lager, weil ich aus meinem Entdeckt hätte hin. Okay, dann passt das auch. Die Hand, ah, ist das jetzt die Hand hier? Nee, das ist auch gar keine Hand, da. Das war's.